Hallo Leute, ich bin LegandKiller und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Video. In dem heutigen Video möchte ich mal wieder ein bisschen Wack-Bahn zeigen, beziehungsweise in dem Fall ein Trade-Bahn von dem Team Euro 1214. Und den habe ich gerade auf einem anderen YouTube-Video gesehen und ich dachte, komm, machst du dir auch ein Video darüber, denn der Typ, sein Inventar hat es in sich. Er hat hier geschrieben, er wurde wahrscheinlich Trade gebannt, weil er zu viel rumgespampt hat, was heißt, zu vielen Leuten irgendwelche Trades vorgeschlagen hat. Und ja, für die Leute, die nicht wissen, was ein Trade-Bahn ist, Trade-Bahn heißt einfach, er kann zwar immer noch Kontersweck und alles spielen, nur er kann halt nicht mehr handeln. Was heißt, er muss die ganzen Messer, was er alles hat, muss er für sich behalten und kann es halt nicht mehr weggeben. Und wie ihr hier sehen könnt, hat er hier so ein Carabit Ultraviolet in Fabrik neu, so mal eben fünfmal. Und ja, was will man mit fünfmal dem gleichen Messer, wenn man es nicht handeln kann? Und wir gucken uns am besten mal einfach sein Inventar an. Und das hat es schon einigermaßen in sich. Wenn man sich schon die Seite anguckt, fängt es erstmal harmlos hier an, mit ein paar Kisten und dann hier schon direkt ein paar hier, Violet, Ultraviolet, Carabit, mal eben 300 Euro, dann hier noch ein Violet-Dobpler. Und ja, der hat einfach nur, wenn man hier mal weitergeht, hier die ganzen Seiten alles voller Messer, alles voller Messer, 22 Seiten. Wir machen einfach mal hier die Suche an, denn hier steht, glaube ich, wie viel Messer hat da. 285 Messe hatte der Typ. Und ihr guckt euch das an. 700 Euro, 700 Euro. Aber wir gucken einfach mal, wir suchen uns mal das Niedrigste raus, was wir hier so finden. Gucken, alles so 300, hier 100 Euro. Was ist denn so der Durchschnitt hier? 100 Euro, 300, 200, sagen wir einfach mal 200 Euro. Machen wir mal den Rechner an. So, 200 Euro und er hatte, wie viel waren das? 285. Mal 285 sind 57.000 Euro, die der Typ an Inventardingens hat. Je nachdem halt, was das für ein Durchschnitt ist. Müssen wir mal einfach mal gucken, was der Typ hier so im Durchschnitt einfach für Messer hat. Ich glaube, das 200 Euro ist noch ein bisschen tief gegriffen. Obwohl, hier hat er nur ein paar unter 100 Euro, ein paar für 50 Euro. Aber hier geht es einfach irgendwann mal los, wenn die Messer so 600, 700 Euro kosten, 300 Euro, 400 Euro kosten. Und guckt euch das an. Das ist alles StatTrak Fabrik Neu. Okay, minimale Gebrauchsspuren, minimale Gebrauchsspuren. Einsatz erprobt. Aber hier Fabrik Neu. Fabrik Neu, Fabrik Neu. Fabrik Neu. Number of Own 47 Mal alleine hier. Können wir uns das auch mal ausrechnen. Den machen wir mal den Rechner wieder an. Ähm, 570 Mal, wie oft? 47 hat er das. Allein 26.000 Euro an Bayonets, Tiger Toves und StatTrak hat er. Denn die Dinge hat er 17 Mal. Ähm, 17 Mal. Wie viel kosten die? Ähm, 600. Oh, fuck. 660. 11.000 Euro. Allein nur an Carabinets, Slotha, StatTrak. Guckt's euch an, ey. So ein Inventar und der ist getradebundet worden. Einfach nur zum Staunen und mir fehlen fast schon die Worte, ey. Der Typ tut mir so leid. Ich mein, Trade-Bund ist meiner Meinung nach nix Schlimmes. Ich weiß nicht, warum man für sowas halt gebannt wird. Ich mein, Wack würde der Typ mir nicht leid tun. Ist ja selbst schuld, wenn er sowas macht. Aber Trade-Bund, wenn du einfach nur am Traden bist, du schickst zu vielen Leuten Einleitungen und die geht dann einfach mal, ähm, ein paar tausend flirten hier. Ich glaub, guck mal, wenn man sich das alles anguckt, kann man so sagen, 400 Euro hat der eher so im Durchschnitt. Was dann bei 285 Euro 114.000 Euro wären, ey. Kann ich mir nicht hier gucken. Preisvergleich machen wir mal hier. Okay, ist weniger. Hier ist ein bisschen mehr. Aber kann ich nicht gucken, wie viel das insgesamt wert ist, was der hier hat? Hm. Kann ich nicht all sein Inventar irgendwie anzeigen lassen? Ist die im Inventory Helper? Hm. Ich würde gerne echt mal wissen, wie viel der Typ insgesamt, wie viel das wert ist. Ich mein, er hat auch noch andere Sachen, die er hier, ähm, Entschuldigung hat. Wir gucken einfach mal durch, was er noch so hat. Ähm. Sagen wir einfach mal, wie viel waren das? 100.000 Euro, je nachdem halt, wie viel, wie man rechnet, zwischen 50.000 und 100.000 Euro allein hier an Messerskins, die er hat. Und wenn man dann mal guckt, hier, schöne AWPs, Fabrik neu, Fabrik neu, Fabrik neu, auch alle, hier hat man auch allein an den drei Skins hat man wieder 100 Euro drin, plus den nochmal 60. Also, der Typ hat schon ein ziemlich, ziemlich gutes Inventar gehabt. Beziehungsweise, er hat das ja noch. Er kann es immer noch benutzen. Nur kann er es halt nicht traden, was natürlich ziemlich dumm ist, weil ich, wie gesagt, was willst du mit hier, allein mit so einem Bayonet Stained, was will man da mit zweimal? Fabrik neu, ne, mit zweimal minimale Gebrauchsspuren. Ich meine, wenn man die Messe alle einmal hat, ja gut, kann er noch mitspielen, aber so drei, viermal das gleiche Messe haben, bringt ihm auch nicht viel. Dann hat er noch ein paar Kisten. Ich weiß gar nicht, ob der die, ähm, Sachen auf dem Steam Market verkaufen kann, nur, wird das wahrscheinlich alles unter Preis sein. Er hat doch bestimmt, oder noch eine Dragon Lore 1500 Euro. Also insgesamt kommt der Typ bestimmt locker auf 100.000 Euro Inventar, die er einfach so, oh, er hat sogar seinen C4 umbenannt. A la wakbar. Na da, Leute, ähm, ich weiß nicht, was ich noch zu dem Inventar sehen, sagen soll. Ihr seht es ja selbst, ich bin einfach nur sprachlos, fassungslos. Der Typ tut mir einfach so leid, dass er seinen Bann bekommen hat. und, ja, dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen und, ähm, ja, schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr von diesem Inventar haltet und, ähm, was ihr mit dem Inventar machen würdet, wenn es euch gehört und ihr keinen Bann drauf hättet. Dann vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Ciao.